Was machen sie denn vor meiner Kamera? Ich bin hier im Wald, in der Nähe von einer meiner Wildkameras und Oh, ich habe gerade Aktivität auf meiner, da ist jemand Was waren sie denn vor meiner Kamera? Nichts, ich wollte nur mal gucken, ich bin schon weg Ja, ich bin ja schon, guck mal hin, guck mal hin, guck mal hin Ich bin weg, ich bin weg Ist doch schon, ich geh doch schon, ich bin doch Hört man ja? Ja Vor allem konnte ich dich ja auch live verfolgen, ich sehe dich immer noch Also der Kollege Also der Kollege hat die Kamera anscheinend nur entdeckt Aber die App hat mich ja gleich informiert, dass eine Aktivität vor der Kamera stattfindet Da die eine Gegensprechfunktion hat, konnte ich den Kollegen auch gleich ansprechen Ja, hallo, ich bin der Vari und ich sitze hier gerade vor einer meiner neuesten Wildkameras Und zwar die Kampak TC17 Die Kampak TC17 zeichnet sich dahingegen aus, dass sie sich per App in alle Richtungen drehen und bewegen lässt Hoch, runter, links, rechts Die Kamera hat ein eingebautes SIM-Kartenmodul Das heißt, ich muss eine SIM-Karte mit hineinstecken, die wird mit dazu geliefert Wenn man den Datenvertrag aktiviert, hat man bereits hunderten Megabyte kostenlos zur Verfügung zum ersten, für die ersten Tests Diese Datenmenge reicht natürlich nicht sehr lange aus, aber für die ersten Tests genügt es Ich kann die Kamera, so wie sie jetzt angebaut ist, mehr nach unten neigen und geradeaus Ich kann sie aber auch umdrehen und mehr nach oben gucken lassen Und das Bild lässt sich dann auch in der App in alle Richtungen spiegeln und drehen So dass man es dann trotzdem richtig rum sieht Die Kamera sendet bei Aktivität vor der Kamera ein Signal zur App Und diese benachrichtigt dann Hier wurde Aktivität festgestellt Wenn ich überhaupt nicht reagiere, nimmt die Kamera auf, so wie sie eingestellt ist Video, Foto Und wenn ich reagiere und mich live dazu schalte, kann ich das Geschehen vor der Kamera beobachten Kann sie drehen, wie ich möchte Kann das Objekt, was sich vor der Kamera bewegt, verfolgen und per Gegensprechanlage auch ansprechen Ich baue die jetzt hier ab und gucke erstmal die Aufnahmen durch Die Kamera selber hat nur einen einzigen Knopf hier Im Fuß von der Unterseite, da kann ich sie ein- und ausschalten Die Kamera ist meines Erachtens fehl am Platz Weil jeder, der sich dieser Kamera nähert, von hinten, von der Seite und noch nicht entdeckt wird Kann hier reingreifen und kann die Kamera abschalten Finde ich nicht in Ordnung, ist schlecht gelöst Aber ich denke mal, wenn man sie als Überwachungskamera einsetzt Hängt man sie normalerweise auch in der Höhe auf, wo ein normaler Mensch nicht so einfach rankommt Beziehungsweise an der Wand, wo der Mensch halt von hinten nicht an die Kamera herankommt Hier unten im Kopf der Kamera ist ein Gummipropfen Der ist mir gleich als erstes abgerissen, wo ich die Kamera bekommen habe Schließt aber trotzdem noch, da ist die SD-Karte und die SIM-Karte drin Und ein Reset-Knopf, falls sich die Software mal aufgehangen hat Ist auch nicht so schön, weil jeder reinkommt Neben dem Schalter hier, der Gummipropfen, den kann man auch noch öffnen Da ist die USB-C Buchse, wo man den internen Akku auflädt Und auch das mitgelieferte Solarpanel mit anschließt Das habe ich hier nicht angebracht, weil das Solarpanel hat nur eine Wandmontage und kein Baumgurt Ich habe den Akku vollgeladen, bevor ich die Kamera in den Wald gebracht habe Und die hing jetzt ungefähr eine Woche lang hier Ich habe ein bisschen mit der Kamera rumgespielt, Aufnahmen gemacht, immer wieder mal eingeschaltet in der Nacht Und auch einen Marder hier mitten in der Nacht einfach mal angesprochen Der hat sich natürlich erschrocken in die Kamera geguckt Aber kam dann immer wieder Der Akku hält also eine ganze Weile durch Der hat jetzt nach der Woche abgenommen Bis zu 93%, wenn ich das richtig gesehen habe Also hat ordentliche Leistung Wenn man das Solarpanel dann ansteckt Ist die Kamera durchaus in der Lage, eine ganze Weile autark zu arbeiten Qualität Also die Aufnahmen, die man mit der App herunterladen kann Und die Aufnahmen auf der SD-Karte Sind ungefähr in der gleichen Auflösung und in der gleichen Bildqualität Da gibt es kaum einen Unterschied Es macht auch keinen Sinn, eine niedrigere Auflösung softwaremäßig zu errechnen und dann abzuschicken Das würde viel zu viel Speicher und viel zu viel Rechenkapazität brauchen Dafür hat man die Datenverträge Also von der Bildqualität würde ich sagen Die Framerate ist ein bisschen gering, finde ich Und es gibt auch Pixelfragmente Aber der Fokus dieser Kamera liegt nicht auf hochauflösende Aufnahmen Sondern eher auf die Überwachungseigenschaften dieser Kamera Zufall 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 Vielen Dank. 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 Ich wünsche euch alles Gute.